genau wie sie sicherlich liebe youtube zuschauer wie sie wissen kommen wir zu einem lied das ist nicht so schön genau das heißt so viel wie betreuer sein betreuter sein ja ich habe einen betreuer aber sage ich keine namen ich kenne aber betreute die haben alle einen betreuer und je nicht betreute widme ich dieses lied die nicht so schön über ihre betreuer denken widme ich dieses lied an diese betreute oder an diese betreuer da ich mal meine meinung ausdrücken will nicht so schön betreuter sein das ist schon schwer betreut noch mal betreuter sein das ist schon schwer betreuer arschloch bitte sehr sie sind ja als richter niemals niemals ja auch fair was geht das ziehen sie aus der tasche was geht das ziehen sie aus der tasche so ein betreuer hat doch eins jahr an der klatsche betreuter sein das ist schon schwer betreuer arschloch bitte sehr sie sind ja als richter niemals jahr niemals jahr niemals jahr niemals jahr auch fair jedes wort das trauen sie um nein da bürgt sich ja die nasen um und da sind die links herum betreuter sein das ist schon schwer betreuer arschloch bitte sehr sie sind ja als richter niemals jahr auch fair auf deutsch betreuter sein das ist schon schwer betreuer arschloch bitte sehr sie sind ja als richter niemals niemals jahr auch fair betreuter sein betreuter sein das ist schon schwer betreuer arschloch bitte sehr sie sind ja als richter niemals jahr auch fair betreuter sein das ist schon schwer betreuer arschloch bitte sehr sie sind ja als richter niemals jahr auch fair sie sehen ich habe auch einen betreuer so weit so gut aber manchmal ist es gut einen betreuer zu haben oder auch nicht es kommt darauf an welchen betreuer man hat und wie ernst es er mit einem auch meint also mein betreuer ist sehr gut und ich bin ich bin zufrieden mit meinem betreuer aber es gibt betreuer die sind nicht so gut was ich an aussagen gehört habe und deswegen widme ich dieses lied an diese betreute menschen die schwer haben mit solchen betreuer umzugehen mein betreuer muss ich sagen ist einsame spitze und ich bin zufrieden mit ihm aber aber na gut na gut tschau hei und okay und wir und und Das war's.